ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, ich bin Anna. Jetzt bin ich hier zu Gränchen und kann endlich wieder mal ein bisschen Ski-mässig trainieren. Nachdem ich jetzt viel im Kraftraum bin, freue ich mich extrem, dass ich hier mal wieder ein bisschen pumpen kann auf Pump-Track. Es kommt dem Ski-Gross sehr nahe. Es ist wie eine Wellenbahn, wie wir das in Saas-Ve auch im Herbst viel trainieren. Und was halt für mich die auch ist, wenn ich zu Reha komme, ist, dass die G-Kräfte eigentlich nicht existent sind. Das heisst, für das Knie ist es eigentlich relativ schonend. Und trotzdem kann ich die Push-Bewegung hier sehr, sehr gut trainieren. Es sieht zwar aus wie ein Osterhals, aber ja. Es ist cool, es kommt. Und es macht extrem Spass. Das heisst. Das heisst. Das heisst. Das heisst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.